Was ist die Geschichte von Claudius? Zunächst habe ich über das Buch aus die Buchpachart zu über das etwas Neugier, wo ein Teil von einer Zeit hat man geredet, an den Zungen, in den Städten von uns. Ansonsten aber, unser Claudia ist ganz allein, als noch ein Terrainöl, zu machen, was er ist wirkend, wenn auch in die Kirche ist erkennt, gewährt, Panne Quotidiano. Aber hier gerichtet, von den Zungen, von der Gruppe der Terrainöl. Die Sante hören, von der Ersch Botta, von der Terrainöl, in der Altzungen, von der Terrainöl, harmonisiert von Ivan Kope. Die Sante hören, von der Erschung, von der Erschung, von der Erschung, von der Erschung, von der Erschung. von der Erschung, 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 Amen. 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 Also, dieser Padre Nostro, Volheim, hat ihn gebetet di Maria Domenica Städile, geburtet in Jahr 1765 und ist kein Tag geschrebet von Pfaff Giovanni Schulzer in Jahr 1845. Hörbar ist, was da hat Kötan Sonstabas dar Schindako Volheim dar Lorenzo Galletti. In queste zone si parlava Cimbro e ognuno aveva un dialetto differente delle finezze, del proprio luogo e delle persone. Ma l'origine è stata comune. Tutte discendevano dallo stesso filone germanico disceso da nord e dopo mille vicissitudini si fermarono anche nella valle niterraneola. Anche questa parola, quindi, ci ricorda che discendiamo tutti da un'unica stirpe e seppur ogni comunità abbia coltivato e creato la propria identità, il proprio dialetto, le proprie tradizioni che vanno obbligatoriamente preservate, mantenute e differenziate da una valle all'altra, c'è un legame che deve unirci e che deve creare un'unione di intenti, senza privalicature o scavalcature, tutti assieme per un unico fine. Grazie.